hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich verspielt Dynasty Scrolls ich werde es mal starten herunter gedaan habe ich schon und meinen Account gefunden da sind wir schon dritter Tag was machen wir zuerst ich glaube wir schon die ganzen E-Mails an hoch 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 Ok, Nachrichten fertig, Freunde angucken. Geschenke verschenken, das ist gut, das ist glaube ich auch ein, na eine Quest, das ist gut, was bald zu machen. Achso, kann ich gar nicht. Recyckeln. Was ist das? Ne, ne, wir wollen kein Reset. Da haben wir noch Shop, das ist da. Nichts, ach, das war Facebook. Rinking. Rinking. Krieg ich jetzt mal? Achso. Da kommt noch später nochmal hin. Teamwork makes the dream work. Boom. Boom. Live it up. Boom. 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 Genau, den musste ich aufleveln. Boom. 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 Das ist so weit wie du gehst. Schade, ich krieg nicht erlaubt. Höchstlevel. Abgedreht. Jawohl. Das ist Power. Hier haben wir noch einen, der bei Ruin ist. Okay, der kommt auch noch weiter. Nur der einen. Ei-Chi-Chi. Irgendwie so. A 3-Foot-Sword and Immortal Merit are what a real man should carry. Get up, get up. Okay. Okay. Gut, das war's. Damit bin ich auch fertig. Ah, ganz knapp. Aber trotzdem Level 32, das ist gut. Genau. Und was muss ich hier auch machen? Und was muss ich da noch machen? Und was muss ich da noch machen? Ich werde das gut machen. Wer ist bereit für Rumble? Ein wahrer Mann ist offen und offen. Okay. Okay. Use it. Use it. Use it. Stage 2 Level 2. Stage 0 Level 0. Oh. Okay. Stage 1 Level 1. Ich glaube, ich sollte den hier mal ein bisschen mehr aufleveln. Garne das. Ich habe die ein bisschen mehr auf能力. Also, ich werde das. Er ist das gut. Okay. Oh, geht nicht mehr. Ich habe keine Energie mehr. Ne, das ist jetzt auf jeden Fall. Fahr auf vorne nochmal. 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oh, auch nöööö. Okay, jetzt bin ich hier bei 2, 2. Also ich habe nur noch einen, der 0, 0 ist. Der andere ist mittlerweile 1, 0. Keine Sachen. Ich habe doch vorhin was zerstört. Ich glaube, das waren auch Schuhe. La la la. Mission. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal die Mission an. Arena 20 Mal. Das bringt dem trotzdem nichts. Hier ist halt dann. Victory. Ja, boll. Überspüren wir mal das Ganze. Schlimm. Bald bin ich oben. Das wäre aber glaube ich schön. Oh, da noch gewollt. Nice. Obwohl der Stärke war als ich. Es kommen wieder schwächere Leute. Schön. Mit einem einzigen habe ich gewonnen. Das müsste ich eigentlich auch schaffen. Das könnte ich vielleicht finden. Ja. 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 Yeah. Ja. 2.987 bin ich. Immer noch. Warte mal, wo ist mein Platz da? Den kann ich nicht besiegen. Ich könnte den tun, aber das war ja ein Schummel. Also nicht Schummel, das war ja eigentlich nur überstehen. Aber nee, machen wir das. Dann gehen wir mal in die Quest 3 und probieren es gleich nochmal. Ich weiß, gleich sind wir wieder stärker. Ich spüre es. Oh, noch viel Kämpfe. Play Warrior. Ach. Ach mal Kämpfe. Musik. Eins. Zwei. Tschüss. Tren. Tren. Dann. Ich werde niemals aufbauen, mein König zu retten. Ja. Ich will niemals aufbauen. Ich will niemals aufbauen. Ich will niemals aufbauen. Ich will niemals aufbauen. Zix. Zix. dann schaue ich meine Niederlader an Mann schaue ok was nehmen wir davon kaufen wir das ein Sieg fehlt noch scheiße ok 3 Play Hero Battle 3x 3x ok Hallo Oh Nice und was ist das 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 ich muss ein bisschen warten Oh hat ein ein kleiner gewesen Ach ne 10 Millionen sind das Boah 25 Millionen ich habe nur einen Schlag gemacht Ach je gegen den schwächsten verlieren gegen den schwächsten verlieren Ok Ok auf welchen Platz bin ich hin Oh Mist ich habe daneben gedrängt das 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 die die haben das das die 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 Weaklings, crawl back to the north. Hmm. Weaklings, weaklings, weaklings. Weaklings, weaklings. Weaklings, weaklings. Teamwork makes the dream work. Ach ja. A true gentleman is open and poised. Weaklings, weaklings, weaklings. Weaklings, weaklings. Weaklings, weaklings. Weaklings, weaklings. Weaklings. Keine Ahnung. Aber eine andere Frage. Wie kam ich nochmal zu den Dailies hin? Team Heroes, combo, gear, buffs. Das war's. Das war's. Das war's. 1,2. Ich hab 41. Ich hab's nicht. Ach, das kann ich ja davon. Ein paar Mal öffnen. Und noch einmal. Gut. Jetzt müssen wir was zu den anderen Neuwer gehen. Wie ging das? Ach, das war's. Und 50 Mal. Fünfmal krieg ich das mal. Er muss in der Mitte stehen. Er darf nur unten stehen. Oder heißt das, er darf nicht stehen. Das war's. Ja. Das war's. Das war's. Das war's. B to the Emperor. Praise B to the Emperor. Ei, ei, ei. Noch 30. Ich glaube, der darf nicht da stehen. Und der darf nicht da stehen, weil das ist ein Nahkämpfer. Super. Wo darf die da stehen? In der Mitte. War is cruel, no matter what war is cruel, no matter what war it is. Okay. Wallad. I demand a duel. I am sure you have heard my name. Close. Fuck it. Immer den untersten nehmen. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ich mach das einfach. Schön. Ich weiß hier nicht genau, was ich drücke. Deswegen. Ich wollte für die Dailies machen, aber... Ich weiß nicht mehr, wie man da kommt. Die darf nicht in der Mitte stehen. Dann, ich mach das auch so. Ne. Ich mach das auch nicht. Ich mach das auch nicht. noch dann mal schauen wo ich das finde sorry 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 ok dann haben wir den Dino hier aber noch mal oh ich kann sogar 2 Sterne gehen Perfekt das ist nur ein Stern auch nur ein Stern auch nur ein Stern ganz knapp für ein zweiter und der letzte auch noch ein Stück das sind meine ganzen Charaktere der ist neu warlord ich habe 1,2,3 warlords und die drei dynastien so weit und gut aktivierend 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 der läuft der läuft die level ab läuft immer noch jetzt nicht Also hier sind die ganzen Weihkämpfer. Jetzt gehen wir mal nach Schuh rüber. Ok, jetzt mal hoch, aktivieren, ich krieg doch gleich die Level Up. Und jetzt krieg ich den Level Up und die Warlords aktivieren. Und das Logo auch hierbei. Oh ja, kriegt Level Up. Und der gehört dann nicht zu. Ich weiß nicht, der Kumpel von so einem etwas dickeren? Oder war das zwei? Ich weiß es nicht mehr. Schuh war es nicht, das waren die roten. Naja, egal. Ähm, haben wir das fertig. Noch mal frei. Close. Ok, fertig. Recycle. Ich möchte keine Helden recycelen. Ach, hier. Ach, hier. vier Missionen. Eine Stunde später habe ich es gefunden. Ok. Ja, dann muss ich noch einen Kampf machen. Hier muss ich noch einen Fehlkampf machen. Story Challenge. Die noch halb siegt. Jetzt sind wir jetzt bei dem hier. Ok. Kann ich leider nichts geben. Muss ich mir anschauen. Was ist das? Gäste aus dem Musik wach wach mal die Schubfasser okay das ist ein paar wieder dafür dass ich spiele eigentlich recht gut fühle das ist wirklich selten das Spiel ich hab so viel Spiel ach je jetzt kommt der dran auf wiedersehen oder lieber nicht wiedersehen und tschüss was ich bei dem Spiel vielleicht ändern würde weil wenn ich jetzt hier so eine Kombi habe und zwei Leute und die eine ist Down kann ich immer noch die Kombi machen da würde ich vielleicht machen die Kombi geht nur wenn die Person lebt so dann ist es halt ein bisschen realistischer und gleichzeitig doch ein bisschen schwierig weil da müssen wir aufpassen wen man wohin setzt und wie man den ausrüstet dass toner r r correct we so kann na R.I.P. Follow me! Indestructible! K.O. Max Chilax! Indestructible! La la la! Boom! Strength is being it's right! To triumph! Precision Strike! Super! Ich glaube, dass wir den ganz glatter Durchmarschen durch den Kapitel Also den Schaden, den es machen wird, mittlerweile schon ein bisschen mehr, aber ist jetzt auch nicht gerade so Und ich denke, viel mehr wird das dann auch gar nicht Und Schaden Guck mal, wir sind schon gleich da Go, go, go! Was ich ja manchmal ein bisschen witzig finde ist, dass zwei Leute, die beiden hier, aus einer anderen Dynastie, eine Kombos zusammen machen. Also es war eine gute Idee, da musst du auch die Dynastie miteinander kombinieren. Aber eigentlich haben wir doch gegeneinander gekämpft. Obwohl, immer auch nicht. Manchmal haben sie zusammen gekämpft, immer gegeneinander. So wie sie es gerade braucht. So wie sie es gerade braucht. Braucht sie Hilfe? Haben sie den gefragt? Naja, ihr kennt das. Ich habe damals sehr viel Dynastie Warrior gespielt. Deswegen finde ich das Spiel auch ziemlich cool. Ich fand das damals immer witzig, wenn man da die Leute alle zusammen getrommelt hat. Also nicht zusammen getrommelt. Ich bin mit dem Pferd losgeritten. Dann bin ich mehrere Leute durch. Sind mir alle hinterher gerannt. Dann in meinen Kreis, bis alle zusammengekommen sind. Und mich töten wollten. Und dann meine Supermacher bekommen. Alle tot. Und immer die mega langen Kombos. Mit 100 noch Verschläge hintereinander. Fand ich immer richtig cool. Ich habe das Spiel ja auch auf dem Rechner hier. Dynastie Warrior 7 war es gerade. Weiß ich jetzt nicht. Aber am Computer macht das nicht so viel Laune wie ich damals in der Pläse. Da ich mir für Dynastie Warrior damals noch einen Controller gekauft habe. Aber irgendwie ist das auch nicht so wichtig. Das war aber. Macht zwar Spaß aber. Ja. Kriege ich keine 3 Sterne? Ok Heilo Gott sei Dank. Doch 3 Sterne. Super. War aber knapp gut. 3 Sterne aber knappe 3 Sterne. Also sprich. Den werde ich wahrscheinlich nicht mit 3 Sterne kriegen. 3 Sterne. Also kein klatter Durchmarsch. Also kein klatter Durchmarsch. 3 Sterne. 3 Sterne. 3 Sterne. 3 Sterne. 4 Sterne. Von Ginect. Achso. Es sind mehrere Wellen. Deswegen. gut nicht. Ich habe keine Trächtung. Und beim war noch schon dauernd Die linke ist dauernd Jawohl 2 Sterne 1 Sterne Nur 1 Sterne 20 Sekunden Kle réseanges 1 Sterne 1 Sterne 2 Sterne 1 Sterne Online geschenkt. Ok, da müssen wir noch in einen Turm. Hier muss ich noch 11. Kämpfen machen. Da komme ich gerade aber nicht weiter. Da ist immer ein Freier. Ein Freier. Ui, ui, ui. Recycling, brauchen wir nichts. Shop. Main Shop. Ist das nicht auch was? Einmal was zu kaufen? Nein, wahrscheinlich. Arena 20, machen wir gleich weiter. Helping Hands. 30 Minuten für Orange, 20 Minuten für Blau und 10 Minuten für Epping. Sie ist doch Epping. 5 Minuten für D scripture. Ah, 4 Minuten für Epping. Die 2 Minuten für Epping... 4 Minuten für Epping. für vier Stunden erste Patrouille das war eine Quest dann noch mal auf Helping Hands die sind schon fertig, die brauchen keine Hilfe mehr so ein bisschen Refresh Weapon Chop 5x 5x 1 2 3 4 5 5 5 5 5 2 friends 20 Mal Ich brauche mehr Freunde 5 1 2 1 1 2 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Spende 800 Gold Das ist Gold, oder? Ich habe schon mal was gekauft und den kann ich nicht kaufen, jetzt kann ich den kaufen, jawohl. Gut, dann probieren wir es nochmal oben weiter. Obwohl ich glaube, so viel stärker bin ich gerade auch nicht geworden. Spende 800 Gold Man, das ist vollständig. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Doch geschafft! Nice! Das war die Nummer 8. Äh, Arena. Noch viel Kämpfe? Oh! Ich bin doch viel stärker geworden. Hätte ich nicht gedacht. Das ist so viel mehr. Okay, Leute. Dann bin ich ja gleich fertig hier. Zack. Und dann nehmen wir den hier. Zack, zack, zack. Der. Stoßen wir den auch noch vom Drohnen. Und jetzt noch 2 besiegen. Nehmen wir den hier. Und den letzten. Schau wie schwach der andere ist. Ach, locker. Hast 50.000 mehr. Bam! Supi. Und jetzt noch. Ach, sind wir schon fertig. Gut. Dann war es das für heute. Dann sag ich mal. Dann sag ich mal. Was. Ich schau nochmal kurz hier die roten Punkte an. Ach, das ist der. Hier ist eine Truhe irgendwo. Wo. Keine Ahnung. Da ist jetzt nichts. Okay. Ja gut. Das war es dann für heute. Dann sag ich mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. あ Sun.